Also die Axiome von Kolmogorov, die erkläre ich hier. Das sind 3, 1, 2, 3. Und die erste Frage, was ist überhaupt so ein Axiom? Ich habe da mal ein Fußballfeld aufgemalt. Axiom wäre so Spielregeln. Der Torwart darf den Ball mit der Hand nehmen, aber nicht der Spieler. Was die Trainer dann für eine Taktik machen, kommt danach. Das sind dann keine grundlegenden Spielregeln. Und was Kolmogorov gemacht hat, ist eben sich solche Spielregeln auszudenken und sie sehr elegant und knapp zu machen. Das sind ja nur diese 3, das sind die wesentlichen Bausteine der ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und interessant ist, finde ich, das, was er nicht gemacht hat. Fast nämlich jeden schon, so kam jetzt ja die ganze Stochastik, die haben Würfelspiele gespielt und wollten wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt der 6er. Und darüber hat er sich nicht ausgelassen. Klar, wenn ich den perfekten Würfel hätte, dann hätte ich natürlich hier ein Sechstel. Aber den habe ich ja nicht. Und wie berechne ich das? Und da sagt Kolmogorov, da kann man entweder Statistik machen, man nimmt irgendeinen Würfel und wirft den Millionen Mal. Oder man kann den Physiker fragen, der schaut, wie die Gewichtsverteilung von dem Würfel ist. Aber ich als Mathematiker, ich will nur wissen, ist es hier der 6er mit ein Sechstel und das B mit ein Sechstel? Also ist das gegeben? Es könnte auch ein Fünftel sein, weil er ein bisschen ein falscher Würfel ist. Ist der ideal oder nicht? Aber er sagt nur, die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis 6 ist auf alle Fälle entweder 0 oder größer 0. Das ist so das Erste. Das ist hier das erste Gesetz. Hier, die Wahrscheinlichkeit ist größer gleich 0. Und wie groß sie genau ist, weiß ich nicht. Die brauche ich von woanders, diese Wahrscheinlichkeit. Beim zweiten Gesetz, dieses Omega, ist immer die Menge für alles. Das heißt also, wenn ich jetzt beim Würfelbeispiel bin, das ist hier, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das Omega ist einfach 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Und Kolmogorov sagt, die Wahrscheinlichkeit für 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 ist eben 100%. 100% ist nichts anderes als 1. Das ist das zweite Gesetz. Ein bisschen kleiner machen, so, dann sieht man es da genau hier. Jetzt könnte man natürlich sagen, hier zweites Gesetz, was ist, wenn der vom Tisch runterfällt, Kante und so weiter. Das ist ihm auch egal, das sagt er einfach, wenn der in der Kante, also wenn er runterfällt, das muss man dann eben hier einfügen. Hier so, Kante. Oder fällt vom Tisch. Also, der ist ein neues Omega. Es gibt jetzt entweder 1, 2, 3 oder 6 oder Kante oder fällt vom Tisch. Aber immer, wenn ich Omega nehme, 100% zweites Gesetz. Drittes Gesetz, das erkläre ich ein bisschen genauer, da sind so ein bisschen Schreibweisen drin. Ich habe die zwei Ereignisse A und B. Und ich gehe jetzt mal vom Einfachheit halber, vom idealen Würfel aus, ein Sechstel, ein Sechstel. Dann ist P von A geschnitten, also, nee, nee, anders, ohne Wahrscheinlichkeit. Einfach nur A geschnitten B. Also, A geschnitten B ist die leere Menge. Das heißt, die haben nichts gemeinsam. Das eine ist ein Fünfer, das andere ist ein Sechster. Da ist kein gemeinsames Ding. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B. Das ist dann so ein oder. Ja, so geht es. Ich würfle entweder 5 oder 6. Das ist in dem Fall, wenn ich die Wahrscheinlichkeiten 1, 6, 1, 6 habe, ist es 1 Sechstel plus 1 Sechstel gleich. 2 Sechstel. Ja, Kolmogorov sagt, wenn es ein gezinkter Würfel ist und hier habe ich 1 Fünftel und hier habe ich 2 Fünftel, dann muss ich eben hier 1 Fünftel plus 2 Fünftel machen. Da ist, ob der gezinkt oder nicht gezinkt ist, egal. Aber ich muss addieren und die Verwirrung ist, ist der wieder weg. Ja. Und das geschnitten ist eben eher so ein und. Ja, genau. A und B. Da ist nichts gemeinsam und das vereinigt ist ein oder. Und das wären eigentlich schon die 3 Gesetze gewesen. Aber ich möchte zum letzten Gesetz noch ein Beispiel bringen, nämlich wann gilt es nicht. Da habe ich jetzt nicht A und B, sondern C und D. Das ist hier. So. Also da habe ich jetzt die Menge C ist 5 und 6. Die Menge D ist 4 und 5. Mit welcher Wahrscheinlichkeit würfel ich, also 5 oder 6 oder 4 oder 5. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit würfel ich 4, 5 oder 6. Und das ist ein Halb. Also wenn es der perfekte Würfel ist, ist es ein Halb. In dem Fall ist der Schnitt aus den beiden die Menge mit dem Element 5, weil die 5 ist sowohl in C als auch in D drin. Das heißt, hier ist der Schnitt nicht leer. Deswegen kann man nicht das Gesetz von Kolmogorov anwenden. Also die Wahrscheinlichkeit für C wäre 2 Sechstel beim perfekten Würfel. Für D auch 2 Sechstel beim perfekten Würfel. Ja, 2 Sechstel plus 2 Sechstel gleich 4 Sechstel ist 2 Drittel. Und 2 Drittel ist nicht gleich 1 Halb. Ja, es geht nicht. Ja, ist ja. Darf ich nicht. Ich darf hier nicht so plus rechnen. Weil ich ja eben, ja, weil der 5 oder 2 mal drin wäre, den hätte ich da zu oft hineingerechnet. Und mehr ist es jetzt nicht. Und das ist das Schöne dran. Es ist so ganz schlicht. Ganz wenig, ganz schlicht und damit geht alles.